Der K.G. Kölschegor von 1951 e.V. herzlich willkommen. Ja und der Henning Krautmaier von den Höhnern, der hat ein Lied geschrieben, was er mit den Höhnern bringt und da heißt es schlicht und einfach und der Applaus, der kommt genau jetzt. So und jetzt sind wir in die Session 2015, wir empfangen den Musikzog der Nepesan-Nazio wieder mit Dreimal Köln! Ja! Fuhl! Ja! Köln! Ja! Köln! Ja! Applaus Applaus Vielen Dank. 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 So, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Geh! 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 Leider, leider zu Ende gewesen, aber ich habe einen tollen Trost, denn... Die KG Nippeser Nachschwille veranstaltet seit vielen, vielen Jahren in der Aula der Edelstein Realschule, mehr oder weniger hier um der Eck, in der Edelstein Realschule in Wielerkirchweg, am Sonntag, dem 1. Februar, ihren legendären Kultfrühschatten. Ich bin leider einige Male schon da gewesen, weil ich am nächsten Morgen mehrere Schwierigkeiten hatte. Ich gebe ehrlich zu und damit war es dann auch. Um 11.11 fängt das an und das bei freiem Eintritt. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Machen Sie einen schönen Abend bei der KG Nippeser Nachschwille. Sie werden unter Garantie nicht enttäuscht werden. Ja, brav und tat. Wundert von jemandem, ne? Nein, ich kann es einfach empfehlen. Jonsa Meze, Februar in die Schule. Auf die Dippeser Nachschwille von Edze, Reimer, Telle! Nachschwille, Hälfte Moor und euch einen guten Zopf durch diese Schuhe! Und damit Sie nicht vergessen, wo Sie heute waren, dreimal, Telle! Herz zu Moor! Telle! U Hey! UHey! Bis zum nächsten Mal.